Es geht heute um die Lachtulpe. Eine Übung aus dem Yoga, wo es die Tulpe gibt, die am Morgen ganz fest geschlossen ist. So formen wir unsere Hände zu einer Faust. Und gegen einen großen Widerstand öffnet sich die Tulpenblüte. Gegen Mittag ist sie ganz, ganz weit geöffnet und wir strecken unsere Hände zum Himmel. Am Abend geht die Blüte wieder langsam zu und gegen einen großen Widerstand formen wir unsere Hände zur Faust. Und das begleiten wir jetzt mit einem Lachen, was früh am Morgen leise und zum Mittag immer lauter wird. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017